Das erste ist der reichliche Motto-Klastikal im Jahr 2017 zum zweiten Mal, zum eigentlich dritten Mal bei Lernbach die Auna-Güttel-Klasse gefahren wurde. Und der Auna-Güttel-Klasse hat hier wieder die Bewertung, die einmal der 125-Güttel-Klasse und die ganze Lüber 125-Güttel-Klasse. Und der Auna-Güttel-Klasse hat hier wieder die Bewertung, die Auna-Güttel-Klasse und die Auna-Güttel-Klasse und die Auna-Güttel-Klasse. Die Auna-Güttel-Klasse Die Auna-Güttel-Klasse Die Auna-Güttel-Klasse